Moin Moin, meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute gibt es wieder ein neues Video in alter Frische und zwar gibt es heute eine Challenge gegen den Ehrenbruder Stili Brili. Moin Moin. Was geht? Moisti. Moisti, was geht? Wir haben schon eine Folge aufgenommen vor einigen Tagen. Wer mehr Bignisse findet, ich will jetzt aber nicht spoilern, weil eventuell lade ich das Ehrenbruder nochmal hoch, aber wir waren beide nicht zu 100% damit so happy. Aber heute setzen wir uns nochmal hin, nehmen nochmal für euch schön eineinhalb Stunden auf und zwar machen wir heute die Challenge, wer kann mehr Medikits finden. Das ist ein episches Format, was es mindestens schon, ich würde sagen, ein Jahr jetzt nicht gegeben hat und ich hoffe, das Video gefällt euch. Ich lasse gerne lieber dann. Däumchen wären Träumchen und nicht vergessen, sowohl mich als auch Stili könnt ihr kostenfrei abonnieren. Ihr braucht dafür nur einen YouTube-Account und das war's. Ist nicht kostenpflichtig, wollte ich nur nochmal angemerkt haben. Stili, bist bereit? Ich bin Rettiti Abfahrt. Let's go. Nur nochmal für euch die Spielregeln, für die Leute, die das Format nicht kennen. Stili und ich spielen drei Runden, wir dürfen keine Gegner töten, außer wir landen am Anfang in irgendeiner City in Fortnite, wo Bots sind. Und in drei Runden suchen wir nur Medikits und der, der am Ende die meisten Medikits gefunden hat, gewinnt. Relativ simpel, let's go. Okay, Freunde. Erste Runde. Wo möchtest du landen, Stili? Du bist mein Gast. Ich überleg' gerade. Diesmal sag ich dir ganz ehrlich. Das wird, glaub ich, genau so'n Ding werden. Oha. Uch! Man munkelt, dass wir eben schon in der Runde waren und ich da markiert habe und Stili, wie aus dem hinterher geflogen ist. Das ist doch wie mein Gerücht, sag ich jetzt. Oha. Schwierig. Oh, landest du kontinuiert. Ja, es ist halt echt schwierig, weil das Ding ist halt eigentlich, da oben ist halt, ah. Ich werd' dann wohl hier landen müssen. So, relativ dicht bei dir. Leute, das sind eigentlich, guck mal, beide Orte, die markiert sind, die hab ich, warte, ach so, oh Gott. So, hoffentlich jetzt auch wieder bei meinem Marker landen, Stili, sag ich. Ja, ne, diesmal, diesmal, da achte ich natürlich drauf. Ne, aber ich hab' beide Orte noch nicht mal abgecheckt, wie ich grad' das ne. Beide Orte fehlen das, glaub ich. Also es ist relativ schwierig, äh, bei der neuen Map-Orte zu finden, wo man wirklich in Ruhe landen kann. Eigentlich gefühlt in jeder Stadt landen Bots oder halt Gänger. Ja, safe. Also ich glaub' immer. Ja, ja. Ja, dann muss man die halt auch, also die können wir auch entspannt am Anfang erstmal holen, aber danach. Oh, da unten ist ein Rift to go. Ne, oh nein, jetzt bin ich so, oh Gott, jetzt bin ich scheiße gelandet. Ja, ich bin aber auch, aber ich merk' grad, das kommen aber auch so viele Leute mit. Oh, die shit, bei mir hier in dieser großen Stadt ist, äh, glaub ich, einer gelandet. Warte mal, in Polz. Jetzt ob da oben, weil... Okay, let's go. Wer fährt das erste? Oh, das erste Medikitsch-Til. Äh, aber aus der Kiste oder? Aus der Kiste. Das ist halt auch, hast du wieder getanzt? Nein, das war wirklich nicht getanzt. Okay. Man sagt, äh, in internen Kreisen, wenn man tanzt, hat man größere Erfolgschancen. Das beweise ich euch jetzt ganz kurz, wartet. Zwei Kisten, kurz tanzen. Das ist jetzt, das heißt, dass wir das klappen. Medikitsch-Til Nummer zwei, Stili durch. Äh, ist das echt? Ja, 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 ja. Bei mir aber, na, das war's komplett, das hab ich mit Minis. Ich glaube, oh, vor mir sind Gegner, zwei Stück, ich zieh direkt durch. Aber ey, das ist ein super Anfang. Vier Kisten, zwei Medijets, Stili, auch mal nachmachen. Nein, gerade, ja, pass mal auf, das ist ja nur die erste Runde. Ist ja auch, es gibt ja auch so bestimmte Vorratslieferungen, ich glaub, da sind auch mal zwei Garantien. Da können, da können, glaub ich, ein oder zwei Garantierte drinnen sein, ich bin mir nicht ganz sicher, ja. Ja, ich glaub aber eins ist safe, aber zwei weiß ich jetzt auch grad nicht genau. Oh. Okay. Hier unten sind drei Kisten, Stili. Warte, ich dance nochmal, warte, da kann ich bei ihm Medijets kaufen, ne, schade. Okay, kurz einmal tanzen. Und dann, ran zur Kiste, kein Medijet. Äh, ja. Weil wir landen halt wieder Bots mit, aber die kann man jetzt auch... Die kannst du töten, klar. Ja. Oh, Schockbang-Granaten. Bigness-Challenge hier, ehrlich, drei Stück schon, Lul. Ja, ich sag dir ehrlich, auch Schockbang-Granaten-Challenge, die wir eigentlich vorher schon geplant hatten, Kapi. Erde ich jetzt schon vier Stück, Lul. Ja, wir hatten erst überlegt, ne Schockbang-Granaten-Challenge zu machen, aber ich muss sagen, ich... Aber kommt Kino, dachte wegen Titel? Ja, jetzt hört sich einfach... Wer findet mehr Schockbang-Granaten? Hier ist, glaube ich, das epische Gebäude, Stili. Oh mein Gott, kennt ihr das? Holy shit. Ein episches Gebäude, wie man das macht. Das, was ich dir letztes Mal gezeigt habe, mit den ganzen Fässern. Weißt du? Mit den Blue-Light-Fässern. Ja, ja, klar. Das ist so overpowered, das Ding hier. Guckt euch das mal an, Leute. Ich verstehe, kann... Nee, du hast noch keinen Midget gefunden. Nee, gar nichts. Aber warte mal, ich glaube, die sind auch bei mir einige gelandet. Ich gehe mal hier runter, weil hinter mir einer mit so einem goldenen Dings ist. Hast du noch was? Ist bei dir auch alle, ist nur ein Team gelandet oder was? Ja, ein Team ist, glaube ich, da gelandet. Einer mit so einem goldenen Ding. Weil sie mit so einer goldenen Bedeihe, ich hau jetzt gerade vor ihm ab. Oh, Stili, ich habe hier so einen schönen Ort, hier sind so viele Kisten. Nee, ich habe wirklich also... Und? Kein Midget. Warte mal. Hier haben wir noch eine Kiste. Oh, zwei Kisten. Komm, einmal tanzen kurz. Oh mein Gott. Midget. Nee, kein Midget. Aber du hast gerade noch zwei. Oh, guck mal, hier ist die Makier. Oder das ist so. Aber warte, ich habe zwei Kisten, glaube ich, vor mir. Warte. Oder wann das eine Kiste macht? Meine Kiste, bitte. Nee, ist ein Zeit. Bitte, bitte, bitte. Tanzen. Warte. Ach, okay, warte, hier nochmal. Den hier. Ach, Verbände. Kam halt auch wieder. Stili, was ist denn los? Ja, ist halt wieder Lack von Chimus. Das ist halt auch gerade dein Genre hier. Lack? Wirst du das? Ja, das ist wieder so ein Respekt. Das ist eigentlich, wenn ich das. Hm. Ich bin hier in so einem Bereich, Stili, der noch komplett ungelootet ist. Wo bist du? Warte mal. Oh, guck mal, guck mal, was mich direkt anlächelt, Stili. Als ob... Hey, das ist ja fast schon so ein Bigness-Challenge-Ding. Oh, Stili. Also ich möchte da ganz kurz festhalten, vier Stück. Ja, ist ja noch in Ordnung. Ja, guck mal, hätten wir doch noch Bandagen-Challenge-Ding gemacht. Obwohl, ich könnte aber eigentlich, glaube ich, in dieser Stili, das Patent-Continuous, nicht in diese Richtung gehen. Okay, gut, easy. Ich mach mal jetzt hier einen ganz entspannten vier Stück. Boah, warte, 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 das ist... Ich hab, glaube ich, keiner. Das ist dir, bei der großen Jan hast du Parteien angemeldet? Oh mein Gott, ja, safe. Ja, oder du hast gerade bestätigt, also du hast quasi gerade unterschrieben. Was heißt hier aber, oh mein Gott. Ja, Medi-Jet. Ein Stück gerade und die sind so viele Kässe, hier war keiner. Oh mein Gott. Also es macht sich... Da sind Gegner, Stili, ich markiere sie dir. Da, da sind Gegner. Das siehst du auch in dem goldenen Kreis eventuell. Die laufen aber gerade von dir weg. Ja, das glaube ich erstmal auch nicht so... Ich hab sieben Schockweingranaten rein, da rede ich. Oh mein Gott, sogar mehr. Gerade noch weitere zwei Stück gefunden. Aber ich muss jetzt zu dir kommen, es geht ja nicht anders. Kannst du ruhig machen. Aber jedes Mädchen, was du hier findest, weißt du auch, wo es hingehört. Das halte ich für Gründe. Ich glaube, hier wurde auch schon gelootet, Stili, weil hier sind auch... Ja, hier wurde schon gelootet. Also bei mir gerade nicht. Nee, auf deiner Seite nicht. Ja doch, du hast recht, hier sind die schön offen. Aber waren da gerade echt Gegner, oder waren die schon so auf... Ach Stili, guck mal hier. Ach, Bruder. Nein, nein, das war eins von mir, Digga. Ja, okay. Ich sag dir ehrlich, dann wäre schon wieder die Moraille dieses komplette Richtung Mülltonne gesnappt. Du musst auch noch mal welche jetzt finden. Aber du hast jetzt vier oder fünf? Vier Stück habe ich jetzt. Okay, es ist ja... Du hast einen, ne? Richtig? Oh, Auto, Auto, Auto. Nee, mir wird noch nichts angezeigt hier. Doch, doch. Werdet ihr kein Auto angezeigt? Ja, jetzt, glaube ich. Also, ich weiß nicht, was vorhin auch war, aber jetzt nicht. Aber die kommen in die Zone jetzt. Oh mein Gott, Stili. Guck mal hier. Ich bin ein fairer Sportsmann, Stili. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich bin ein fairer Sportsmann, du hast Patent auf die Stadt angemeldet, dann lass ich dir ein MediGit her. Nein, das war ein Witz, natürlich. Nein, du holst es dir ab. Ich habe eine andere Rede, ich habe eine ganz, ganz andere Rede. Du musst ihn natürlich nehmen. Es gibt ja natürlich noch... Stili, bleib hier. Nein, nein, es gehört dir, es gehört dir. Oh, da, das war doch ein Witz. Nein, Patent ist Patent. Doch, doch, das war immer schon... Das haben wir auch schon in den anderen Folgen gemacht. Sei korrekt hier. Aber sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht gefunden. Ich hätte es echt nicht gefunden. Egal. Einer wurde wiederbelebt. Nimm mit, nimm mit, Stili, bitte. Tu mir ein Gefallen. Aber das zählt halt nicht, weil das Ding ist halt wirklich... Ich habe es sonst nicht... Nein, nein, ich kann es nicht mitnehmen, weil ich hätte es doch so oder so nicht gefunden. Egal. Nein, nein. Okay, dann lass ich es liegen. Okay. Ist fair. Auch mal ein paar Schockfeindgranaten abgeben, sage ich. Ja, auf Kampfer, warte mal. Nein, ich habe drei Strecke, ich habe drei Strecke. Okay, nochmal so einen kleinen Verdammtenflug. Okay. Sind da welche in dem Gebäude drinne? Eventuell mach ich da nochmal einen Stepper hin. Ich glaube, ich mache auch hier... Ich sehe die kleiner Geheimtipp. Du könntest theoretisch gesehen hier unten, in dem Tunnel-Ding, ist auch immer... Oh mein Gott, ja stimmt, stimmt. Da gibt es immer so... Ich gehe von oben ins Gebäude rein, weil hier... Aber ich wäre trotzdem, also jetzt, glaube ich, eh besitze spät, weil... Okay, nichts. Hier wurde auf jeden Fall schon gelootet. Warte, ich gehe mal von hier unten runter. Weil hier ist eigentlich auch immer nochmal ein bisschen Loot. Und Medi-Jets sind halt Sachen, die die Gegner nicht mitnehmen. Also die wenigsten... Na, ich sage dir ehrlich, mittlerweile ist es gar nicht mehr so. Also ich würde immer ein Medi-Jet mitnehmen. Oh, warte mal. Weil hier dadurch, dass du die... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Oh, wieder Schock-Wang-Granaten. Wie viele hatte ich eben? Vier Stück, ne? Äh... Also mit dem einen, den du noch gefunden hast. Nein, theoretisch fünf, aber es waren dann sonst... Okay, weil hier ist so ein Bot, die hat mir einen geschenkt. Das lasse ich aber liegen, das zählt nicht. Ja, ja, klar. Sonst könnten wir auch vom Automaten welche kaufen. Aber ich aktiviere hier das Rift. So. Okay. Okay, Stili. Ich sage schon mal Bye-Bye erstmal. Hm... Schwierig. Ich muss dich alleine lassen. Du hast erst ein, ne? Ja, genau. Du musst irgendwie... Hier ist noch ungelootet. Oh mein Gott, okay, noch eins gerade frisch. Super. Hier unten liegt Loot. Das ist super. Da unten liegt Loot und ich glaube, da ist auch noch eine nicht geöffnete Kiste. Okay. Mach den Spektaten in den Hasen für dich. Ich check ab, warte. Oh, hier ist aber auch noch frische Kisten. Na komm, gönn. Gönn, gönn, gönn. Okay, nee. Hm, ich sage dir ehrlich, hätten wir wirklich ich... Wir hätten halt wirklich Schock-Bank-Ganaten-Change machen müssen. Ist das Respekt? Ich habe schon so viele mittlerweile gefunden. Ich habe relativ wenig gefunden, muss ich... Ich weiß nicht. Neun Stück, glaube ich, an der Zahl. Ich habe jetzt schon... Ich habe schon voll viele aktiviert gehabt. Okay, hier ist nichts, was mich weiterbringen kann. Ich will jetzt mal gucken, wo ich... Oh, hinter mir sind Gegner. Scheiße. Ja, die... Ne, ich sehe die an diesem goldenen Kreis. Ja, klar, ich sehe sie auch. Hast du bei der Insel geguckt, die ich die markiert habe? Ja, da waren ja die Schock-Bank-Ganaten. In der Kiste? Ja. Okay. Guck mal, dort gibt es auch die eine müdliche Waffe, aber die wurde ja eh selbstverständlich getaked. Na komm, ich brauche noch... Es steht 4 zu 2. Ich brauche auf jeden Fall noch ein Medi-Jit. Fürs Gefühl. Oh mein Gott! Aus der nächsten Kiste. Wichtig. 4, 3. Alles in Ordnung. 4, 3. Man kann ja nur 3 pro ist das Problem. Okay, es wird spannend. Hätte ich mal doch die eine Kiste... Äh... Nein, nein, nein. Ist aber fair gewesen, sei ehrlich. Na komm, gönnen aus der Kiste wieder tanzen vorher. Oh mein Gott, jemand glaubt mir meine Vorratslieferung, ist das respektlos. Da muss ich aber direkt hin. Wie ist der? Im Tresor! Warte mal! Wie viele? 1, okay. 4, 4. Oh nein. Oh mein Gott, okay, warte, warte. Jetzt muss ich nachlegen, aber ich ruder direkt entgegen. Nein, 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 kontinuius, kontinu... Nein! Boah! Hier waren einfach... 3, warte mal. Ich habe einfach 7. Ich habe 7. Ernsthaft? Einfach 7. Nee, oder? Ja, Bruder, ich habe die doch mal anfeuern gesagt, nehm das einfach dieses eine, was du da gefunden hast, das zählt einfach mit dazu, weil es gehört ein Ding. Nein, 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 das zählt nicht dazu. Oh Gott. Hat er 7 Stück, ich habe gerade, da waren glaube ich ein 3er Steg, ich habe nicht mal drauf geachtet, aber irgendwie... Eine Frechheit sage ich. Bruder, jetzt weiß ich auch immer meinen neuen Main-Spot. Drei Stück, schmeckt dich, aber ich, Digi, vertrau mir. Ich werde gleich auch nochmal was finden. Oh Gott, das war's. Ja, gut, okay. Nein! Okay, Stili hat 7 Stück und ich darf in diesem Bereich hier noch luden. Hier ist auch noch eine Kiste. Dann kann ich mir den noch nicht recht finden, würdest. Keine. Okay. Hier ist noch eine Kiste, bitte tanzen. Auch mal wiederbeleben, kontinuiert, sage ich. Nee, 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 nee. Ganz entspannt hier. Denen gefallen kann ich hier nicht. Bei mir sind aber auch Gegner. Wo kann ich jetzt hier noch... Okay, oh, ja, da bin ich schon komplett weit weg. Ich muss jetzt gucken, dass ich hier noch... Weil hier ist auch nicht mehr viel Loot. Ja, ich verstecke mein Loot gerade. Okay, hier ist noch eine Kiste. Bitte. Komm, gönn. Nochmal tanzen. Nee. Ja, ich glaube, das war's. Also viel mehr Loot ist hier in diesem Bereich nicht. Okay. 4 zu 7, das ist sehr, sehr frustrierend. Okay, egal, scheiß drauf. Zurück und äh... Nächste Runde, Abfahrt. Runde Nummer 2. Boah. Also 4 zu 7 ist schon... Also ist machbar. Ist machbar, aber ist es schon eine Ansage. Bis gleich. Ich werde landen hier. Ganz weit. Da wollte ich halt auch direkt landen. Ja. Ja, schade. Ich glaube hier, aber ich bin gerade noch im Überlegen. Da werden Gegner sein. Sicher? Ja, das ist denke ich schon, ja. Also, kurz probieren, ne? Alternativ kannst du ja hier ausweichen, theoretisch gesehen. Aber ist ja auch irgendwie so ein... Ja, das ist aber auch, glaube ich, kaum gut. Ja, ich werde ja, ich werde ja mal probieren. Probier's, ja. Ich kann ja auch sonst irgendwie in dieser Richtung landen. Ja, aber nicht wieder bei meinem Marker landen. Nee, diesmal... So, hätte ich drauf sein. Boah, ich brauche direkt am Anfang ein Erfolgserlebnis. Ja, wird schwierig. Also, obwohl ich jetzt glaube ich... Obwohl, ja. Du musst dir vorstellen, hättest du nicht das Dreier-Stack gefunden, hättest 4-4 gestanden. Das stimmt. Also, Dreier-Stack von den Gegnern zu finden, ist schon sehr lucky, sei dir gegönnt, aber ist schon sehr, sehr lucky. Also, ich glaube, es war noch... Ich bin mir jetzt auch sehr... Ich weiß nicht, auf einmal... Also, ich habe nicht mal richtig drauf geachtet, wie viel ich da unten hatte, aber auf einmal hatte dann... Ja, muss ja. Du hast ja gesagt, ich habe zwei oder drei und auf einmal hattest du siegen. Ja, meine ich. Ich habe ja auf einmal so viele gefunden, deshalb kann ich es gar nicht mehr einschätzen, ob ich jetzt da gerade drei oder zwei auf einmal gefunden hatte. Okay, bei mir sieht es gut aus. Bei mir sieht es so aus, als wenn keiner mitkommt. Ich nehme hier nochmal das Trampo. Guck mal bei mir, aber ich glaube... Nein, ein Team kommt halt wirklich mit. Ich verstehe das eigentlich gar nicht. Okay, wir gehen hier in die kleine Bude erstmal rein. Das ist nämlich ein Puls. Und dann gehen wir runter in die Disco. Wenn... Okay, jetzt keine Kiste. Egal. Wenn hier niemand mitkommt, schiebe ich hier echt... Da kommt aber eigentlich immer hier... Also ein Bot hier mal, glaube ich. Ja, Bots kommen, aber die auf die Bots ist geschissen. Ja, klar, aber ich sage ja nur, das kommt eigentlich vom Ding her. Hier habe ich meine Ruhe, Stili. Na, ich muss gerade den... Obwohl... Den Fluchthasen. Ich glaube wahrscheinlich nicht. Alter, was ist denn das für ein Müll? Normalerweise ist hier doch wenigstens mal ein Kistchen. Hallo. Ich höre hier nicht eine Kiste. Was ist denn das für ein Quatsch mit Soße? Alter, ich muss erstmal dieses direkte durchziehen. Oh. Ist da hier hier nichts, oder wie? Nicht eine Kiste. Hä, was ist das für ein Quatsch? Also eine Kiste ist da, aber wie komme ich da hoch? Also ich habe leider auch... Also ich kann gar nicht luken gerade richtig. Ich muss einfach gerade durchziehen. Also ich sehe nicht mal einen Gegner, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich dort... Wo war das? Nein. Also das ist... Wirklich... Ein ganz, ganz großer Mäusti-Mäuer. Groß... Äh, Mann. Ganz großer Mäusti-Mäuer, weil in diesem riesigen Gebäude hier... Eine Kiste ist schon... Ja, sie ist doch auch einmal nur mechern und dann ist es doch... Ja, ich habe einfach den vernünftigen, umschauenden Hasen gemacht. Das hat geschmeckt und die Sohn schmeckt auch. Aber aus einer Kiste, oder? Ne, lag so auf dem Boden. Okay, den Spectator ist er. Ja. Und wir haben hier noch ganz viel... Oh, ja. Wir haben hier... Aber ich habe hier so viel Loot, die... Das ist wirklich köstlich. Ich muss gerade gucken. Ja, ich bin gerade an einer Tankstelle, aber... 5 zu 7. Na komm, gönn, gönn, gönn. Noch eine Kiste, gönn. Ne. Hör bitte. Na, okay. Skalibob Marley. Ist da noch eine Kiste? Hm. Auch noch eine Kiste bei mir und... Naja, das war es komplett. Ich habe hier viele Kisten, die ich wette. Aber irgendwo sind Shots bei mir. Ja, ich sage dir ehrlich, das heißt nichts. Ich hatte vorhin auch gefühlt, weiß ich, 15 oder so geöffnet. Und nicht einer war da drin, deshalb. Kulskranaten, die nehme ich dankend. Na komm, gönn, nochmal. Einmal nochmal ein Herzchen. Oh, nee. Schade, Marmelade. Wo bin ich gerade? Adam. Hm. Ich muss, glaube ich, nochmal riskieren. Ehe noch nicht. Die Fahre ist so, gehen wir hin. Oh, nee. Hier. Ich habe halt wirklich gar keinen Loot-Spot gehabt. Na, ich muss gerade wirklich die ganze Zeit hin und her rennen. Oh, improvisieren meinst du? Ja, so ein bisschen. Ja, ich laufe hier auch ein bisschen nur durch die Wälder und gucke am See nach Kisten und so. Na komm. Hier sind so Bots. Die Bots darf ja töten. Also so Fortnite-Bots mäßig. Ja, die normalen, klar. Die sind ja, aber ich glaube wirklich, dass in jeder City mindestens immer ein oder zwei Bots mit landen irgendwie. Nee, ich meine, Bots im Sinne von so diese Wachen, weißt du, wie ich meine? Ach so, die. Ja, okay. Die natürlich auch. Und diese kleinen goldenen Karten, die sie droppen, die dürfen wir auch benutzen, oder? Safe, ja? Für die kleinen Tresore. Okay, gut. Du hast nämlich immer eine mythische Kiste. Oh Gott, nein. Oh mein Gott, ich hab Glück, ja? Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Ich hab wahrscheinlich das schon gerufen. Oh nein. Auf dich? Ich hab dir jagt. Das ist gemein. Gib mir ein Medikit, komm. Bitte ein Medikit. Ich find nix, Bro. Medikit. Nee. Impulsgranaten hab ich. Das bringt mir aber wirklich herzlich wenig. Und jetzt werd ich auch noch gehuntet. Das ist ne... Nicht so ideale Situation. Begib mir doch ein Medikit jetzt nochmal, bitte. Komm. Nee. Ich find nix, Stevi. Hm. Ich bin jetzt auch gerade das erste Mal in so einer City hier am Start, aber... Ich hab das Gefühl, dass hier gerade ein paar Gegner waren. Oh Mann. Ah, nee. Es ist ein Shotgun-Ammo plus Holz, glaub ich, nebenbei. Obwohl, nee. Ein Shotgun-Ammo. Also ein Medikit ist wirklich... Ja, also... Ich bin nur noch das zweite Gleichstand. Ist auf jeden Fall noch machbar. Also ich hab ja... Achso. Ja, klar, natürlich. Aber du wärst bei mir so Gegner irgendwo, glaub ich. Na, aber niemand auch, glaub ich. Ich werd gehandelt. Du musst sofort durchziehen. Das sind nämlich auch die, die mich jagen. Oh mein Gott, ja, ja, ja. Alles gut, erzähl weiter, aber ich hab eins noch nebenbei, so für die Verstärkung nochmal. Na, das ist aber ein nice to know, Stevi. Ja. Du, das Verstärkung, richtig? Erzähl weiter, was wolltest du gerade sagen? Nee, ich kann nicht. Ich muss mich konzentrieren. Ich werd auch nicht konzentrieren. Ich werd auch nicht konzentrieren. Aber ich werd auch ganz doll angeschossen. Aber ganz doll. Ich merk' gerade oben links, ja? Ja, ja, ja. Die machen richtiges Auge. Auch mal die ein oder andere Impulskanade aktivieren. Hab ich schon. Okay. Ich bin auf der Flucht. Die schießen schon wieder auf mich. Das ist richtig gemeint, dass ich ausredet in der Runde, wo ich was reißen muss, gejagt werde. Ich glaube, du weißt gar nicht, was ich hier für Breakdance aktiviere gerade. Ja, ich glaub' dir das. Das hatte ich ja auch schon ein paar Mal. Ja, klar. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich weiß. Ah, jetzt kommt die mit dem Auto auch noch nice. Oder die wollen ja unbedingt... Ja, die wollen mein Gött, aber auf einem anderen Universum gerade. Die cruisen mir mit dem Auto hinterher. Ich hör' das Auto mit dem V8-Motorsound hinter mir. Das ist wirklich ne Frechheit. Die lassen auch nicht locker. Und jetzt muss ich mich hier in die Höhle des Löwen begeben, gerade. Ja, was ich hier für den Breakdance aktiviert habe. Habt die dich echt noch so lange verfolgen? Ja, ja, die ganze Zeit. Jetzt... Wieder Auto hinter mir. Ich hör' sie. Aber die wissen ja auch ungefähr, wo du bist. Oh Gott. Zwei Autos hinter mir, Stili. Ich schaff's nicht. Ich werd's nicht schaffen. Ich hab' nichts mehr. Ja, ne. Ich bin tot. Jetzt auch die dich so lange verfolgt haben. Ja, ja. Die ganze Zeit. Also das ist wirklich hochgradig... Ja, ist hochgradig illegal. Wirklich. Kann auch nix machen, Stili. Digga. Also wie kann man denn so hardcore nervig sein, Digga? Ja. Hm. Ja, bei mir ist das eigentlich auch nicht so viel. Weißt du, neue Runde raus? Ne, ne, ne. Gehört halt zum Spiel dazu. Was wir zu machen, ne? Das sind die schwierige. Ich weiß ja nicht, wo die bei dir... Also waren die nicht bei dir direkt in der CD? Ne, ne, ne. Die haben mich richtig gehandelt, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Shili hat... Du hast einen Medi-Jit nur, ne? Ja, nur eins. Also das steht 8 zu 5. Oh Gott. Warte. 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 Warte, warte, wenn da oben noch keine... Ne. Warte, schon alles hier geloopt. Guck mal, selbst solche Stellen. Also man findet wirklich gar nichts mehr. Warte, vielleicht hat jemand auch trotzdem Medi-KaT hier liegen gelassen. Jumpat ist auf jeden Fall da. Aber es bringt dir halt... Aber die Frage ist, was kann ich noch looten? inhalt gestorben ist war ich ungefähr da war ich ungefähr dort glaube ich in dem bereich das musst du bei dem bereich drumherum ich würde sagen und die city ist nicht mehr aber das gebäude jetzt der kirchturm da und so das ist schon noch drunter ja okay dann lass noch mal das ja auch checken ist auch schon alles genutzt obwohl aber wie gesagt das sind glaube ich die die mich gehandelt haben ja jetzt steht das glaube ich neun habe ich und du hast glaube ich vier stück ab dann neun zu fünf stelle ist das ist schon möglich weil ich habe in der einrunde ist das halt war noch nicht mal so late gaming aber bei mir war halt aber es ist halt teil des spiels und auch gehört zur challenge ich habe alle all meine mein feuer verschossen um vor den leuten die dich jetzt auch getötet haben zu flüchten da guckst du aus der wäsche wenn die dich aktiv handen das sind die gewesen die ich auch getötet habe ich glaube schon aber sicher bin ich nicht kann auch sein dass ich täusche egal nichts ist unmöglich vier medijits ist möglich das ist möglich so ist es nicht aber es ist es wird schwer ich muss hoffen dass bei mir gut ist aber bei stelle nicht gut ist das heißt ich muss stelle tut mir leid ich muss ein bisschen auge gleich legen okay die finale runde sei denn wir machen einen unentschieden das hatten das gab es einmal schon mal ja aber da das war bei der legendären c4 challenge und da haben wir es aber auch bei dem unentschieden belassen weil das unentschieden so unfassbar episch war der ein oder andere kennt vielleicht sogar noch die c4 challenge wenn nicht rate ich euch dringendst nach diesem video einfach mal oben bei youtube in der suchleiste einzugehen montana black c4 challenge mit stilie war das ist war unfassbar unfassbar hätte ich selber auch nicht erwartet was da zumindest hat auch am ende passiert ist das war wirklich unfassbar man hat es halt ja so gesagt aber es war so dieses mal dachte ich schon eh das ding ist schon durch und auf einmal wo wird es wohl zwischen diesmal der jetzt dürftest du abwechselnd macht es geht dann ehrlich wo war ich vorhin eigentlich war glaube ich hier ich diesmal nicht einfach hier irgendwo wo aber ich dann wieder ich dann wieder im roten bereich dahinter ist auch ich hoffe auf ein bisschen mehr luck ok es geht drum vier stück aufzuholen das heißt im idealfall jetzt direkt am anfang einfach zwei stück wer schon wer schon king fürs gefühl wir gehen zu diesem gebäude wo ich eben war mit der gold karte und dann hoffen wir einfach auch die bahn ist auch unter mir da hast du garantiert glaube ich safe 1 aber es wird zu risikoreich oh nein ein team ja dann haben natürlich auch safe einige ein team ist unter mir ok nein bei mir land voll viele was ist das ach die land hier unten in der großen stadt glaube ich oder landet einer bei mir in der direkt vor ort ja also einfach ein einer landet bei mir mit versuch sie zu holen aber an bord vielleicht oder nicht ja ja kann sein ich versuche ihn zu holen bei mir landen drei gegner das kann doch nicht sein der gar jetzt ich glaube jetzt sind die weg abgedriftet ich mache erst mal mein ding stehen und kuchen mal ich bin auch gerade so kommen direkt einfach medien ein becken ist schade man bitte kischte man kommt auch verbände mal komm ich brauche dringend 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 das allerhöchste eisenbahn es gibt halt auch die vorrats die frauen dann nicht nur die von mir da hatte ich eben leider keine chance mehr die zu was wollte sie ja vor allem aber wäre ja noch eine option und medizin wichtig drei stück wo ist die gold karte hin jetzt komplett bedäppert hat die ist runtergefallen mann oder wiesen gegner aber das ist gut glaube ich an dessen was glaube ich habe ich noch mal wo ist die kiste das ist der bunker unter mir die let's go bitte 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 lieber fort als gott wenn du wenn du was für mich üblich hast bitte bitte mindestens ein mini jet oh mein gott das ding ist ja ich habe jetzt gerade den bot getötet er hat halt wenig gehabt na ja das zählt aber nicht ja das ist so wie auch kein medizin weißt du wie mit dem heim ich hier wirklich alle stilie bloß kein medizin na komm okay also ein medizin stilie ist hier meine ausbaut das ist ja ist immer etwas ich habe bisher gerade noch nichts aber auch einige kisten schon geöffnet nein das ist ja auch keiner mitgenommen was heißt ja ja ich sehe gerade ich also ich bin gerade in diesem einen ort wo ich jetzt klar gibt der hat doch mal noch nicht den bach holt dass die wir dafür noch ein bisschen action sein wollte uns eigentlich gerade weil ich bin auch vorhin einfach steht das da reingestellt und das dann im tresor bereich die ganzen medizin gefunden aber jetzt sogar noch viel action glaube ich hier ist umgelootet bitte gib mir noch mehr jetzt kommt ein zwei drei kommt drei stück brauche ich noch kann nicht so schwer sein und später wenn man sich das youtube-video durch 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 guckt so schreiben da wieder eine minute zum blablabla vorbei war das war das echt so ein paar mal oder wie da habe ich schon gehabt ja aber er hat das spiel gerade gebackt aber ich sag dir ehrlich sieht wirklich schlecht aus gerade weil ich bin ja auch in einem ort wo eigentlich wirklich chillig ist aber hier ist halt kein nut eine kiste in dem ort was soll das ja ich weiß dass ich auf jeden fall in den runden davor auch gehabt also halt zumindest auch bei der bigness challenge da oder ok da unten sind kisten bitte mein gott nein oder du hast gerade bitte gesagt und es kam auch direkt auf nein ganz wichtig also steht also ist ja auch nur eins gerade in der stück ja so hat sich von mir quasi auch nichts verändert hier sind gekommen drei kisten mülltonne 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 das kann also das ist doch illegal wie schwer kann es sein nein 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 die kommen bitte die alles gut die sind da alles gut alles gut alles gut alles gut ich habe leider keinen hupen also kein dings mehr so gut schaut wenn granate hier sind überall schritt und die wort gerade irgendwie da wenn ich wollte jemand das ding ist durch glaube ich würde mich nicht wirklich weiter bringen ja das glaube ich ja auch weil da dürfte es ja nur ich finde aber auch nichts ist echt mülltonne hier ist mein gott ja das ding ist durchkommen oben links das ist du warte warte oh mein gott nein und das ist wirklich sehr ich mich wirklich sprachlos stil ich bin ich bin an orten wo wirklich Niemand ist und der der loot ist wirklich wirklich mager wie mager quark, also ich bin hier wirklich nichts Ja kann ich noch nicht weil ich habe das gefühl dass hinter mir gerade jemand ist aber Das habe ich echt geschafft, warte Ich habe sogar gerade das gefühl ich weiß auch wo, ne egal ich wollte gerade mich schon fast das weniger Wo ist denn hier die kiste man? Puh Hast du es geschafft? Ja irgendwie schon, also ich bin mir nicht sicher ob mich da jemand noch Beobachtet hat, aber eigentlich Ich habe wirklich keinen Lackstil, wirklich jetzt also wirklich richtig anlacki was mir hier gerade passiert. Oh Lama Oh mein Gott Kam da aber den, ich glaube nicht dass dort ein Medica draus glaubt oder? Oh nein vor mir sind Gegner Ich sehe diesen goldenen Bei mir aber auch, oh Gott ja ich muss auch durchziehen, der ist direkt hinter mir Nein Lass mich das Lama holen, bitte Oh mein Gott ist das Und Lami gibt zwei Medi Jits Das wäre korrekt Komm, 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 komm Gönn Gönn, gönn, gönn Lami, bitte Lami Küs, 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 küs Lami Medi Mülltonne, Digga Echt nicht Ne Ja Lami hat gar nichts gegönnt Einen No-Bild-Modus bringt er da einfach auf Schlafen, vielleicht werde ich nicht mal Ich will auch nicht mal hier Ressourcen hat Oh, ich will also, du wirst es in meiner Folge sehen Ja, aber guck mal die, die Komma schaut nicht mal die, äh, Zona, das hat sich ja vom Ding an nichts geändert Ne, super, Tilson alles ist super Aber ich bin, also, bin echt unlucky mit dem Loot grad in der Runde Komm, gönn Ne Haben wir da drüben noch Loot? Für Helmut Nein, 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 nein Sei Shoutse Geld auch die ganze Zeit man weiß gar nicht wo man Oh, jetzt gönn mir einen Medi Jits, das kann doch nicht sein Keinen Medi Jits wieder Medi Jits Aber du hast ja noch deine Vorratslieferung, ne? Die darfst halt auch nicht vergessen. Ja, die werden mir aber noch nicht angezeigt. Ich finde keine Medi-Jits, Chili. Das ist wirklich Mülltonne. Ja, ich muss auch gerade, guck mal, die Zonenpolitik aktivieren. Weil ich hab das Gefühl, dass mich irgendein Gegner entdeckt hat und der will halt... Oh mein Gott, jetzt! Hast du ja noch mal Q-Ko gekommen. 1300 Meter weg. Ja, bei mir die Hälfte so mäßig. Also jetzt muss schon noch echt ein Wunder geschehen, dass ich hier noch vier Medi-Jits finde. Okay, hier ist noch eine Kiste bei mir in dem Gebäude. Hier sind mehrere Kisten. Okay, das ist gut. Oh, Medi-Jits, wichtig! Drei Stück nur noch. Drei Stück, okay. Ich hab auch eigentlich gerade einen relativ guten Ort hier. Oh mein Gott, ich war da erstmal ein Shopping-Radar. Die sind immer wichtig für mich. Wo ist die Kiste? Oh mein Gott, ja, perfekt. Hast du auch eins gefunden? Da haben wir doch gerade zeitgleich noch mal fast hier. Medi-Jits mir noch... Satt, wohl eine Frechheit wieder, vier Stück. Oh, bei mir ist ein Gegner. Aber egal, ich loote hier kurz. Gönn. Nee, drei Fagen. Mir auch eine Angebung, glaub ich. Nein, ich werde auf jeden Fall geschossen. Naja, bei mir sind safe auch Gegner. Ich hör sie auch schießen. Aber das sind, glaub ich, Bots. Ich geh in den Tresor rein. Scheiß drauf. Ich riskier's. Riskier's, ja. Ich mach aber jetzt auch durch. Ich zieh nicht, glaube. Nein, nein, nein. Ach, der eine Typchen mit Medaille. Der Tresor ist wirklich gar nichts, bro. Da krieg ich nix. Echt nix? Nö, 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 irgendwelche Mülltonnenwaffen. Aber die haben dann Fight mit Bots, das ist ganz gut. Eventuell kann ich hier nochmal einen Schnapp machen. Bitte gib mir doch einmal nur ein paar Medi-Jits. Aber das ist unmöglich. Vier Stück. Wie soll ich vier Stück machen? Ja, natürlich geht das doch. Du hast bei der C4-Channel am Ende nochmal einen Sechserli gefunden. Ja, stimmt. Ich hab eine Idee, die ich versuche und wenn ich draufgehe, dann... Oh mein Gott, nein, Continuous. Ich seh da einfach mit auf der Straße. Och Gott, nein. Noch mal auf Markierungsbas. Oh mein Gott. Filmstück, wie soll ich das schaffen, Bro? Aber ich geb nicht auf. Ich werd's versuchen. Ich hab einen Plan. Steely. Okay. Krank. Ich hab einen Plan, eine Idee. Nein. Okay, ich bin am Arsch. Ich hab eine Kiste. Oh Gott, ich glaub, ich bin auf... Warte mal, hier war ich doch... Doch, hier war ich vor allem. Ich bin am Arsch. Ein Spieler geholt worden. Ja, das Ding ist over. Mein Plan wurde zerstört. Hier sind überall Gegner. Ich muss mich gefühlt, glaube ich, geschlagen geben. Es wird... Aber die checken auch nicht, wo du bist, oder nicht? Das stimmt, da hast du recht. Das checken die nicht. Ja, da musst du halt einfach nur ein bisschen den Camp aktivieren. Ja. Mal gucken, ob da gleich jemand, wenn er down geht, auch mal ein Mediket droppt. Ja, ich geb mir Mühe. Anders kannst du jetzt gerade nicht spielen. Also ich bin auch grad noch hier, glaube ich, erstmal ein bisschen abgesaved. Bei mir ist es nicht unbedingt ein Gegner, weil ich auch die Außenpolitik aktiviere. Also niemand kann mir unterstellen, ich hätte es wirklich nicht versucht, aber es ist halt, die Ausbeute, auch in dieser Runde, ist wirklich sehr mager. Und ich bin, hab wirklich viele Kisten aufgemacht. Ich wollte gerade hoch auf die Insel, da ist leider dann einer gekommen, Steli. Das wäre nochmal ein vielleicht Game Changer. Ah, stimmt. Da oben. Da vorne, oder? Aber jetzt gerade sieht es hier wirklich sehr, sehr schlecht aus. Und drauf hoffen, dass... Oh mein Gott, nein, nein, Continuous. Continuous zu dem Montenius. Ja, das ist doch langsam schon abgesaved. Gut, Schuss, euer Kommandantiger. Ganz genau so. Oh, warte. Ach nee, jetzt hab ich mehr Verwende. Aber echt noch einen guten Spot hier, also ich sag dir ehrlich. Meine Vorratskiste ist hier sogar noch. Ach, als ob... Okay, ja, bei mir wurde... Oder hier ist eine, keine Ahnung, wem die gehört. Oh, hier ist sogar noch eine Kiste. Aber du hast, wie viel... Du hast fünf, nee, sechs sogar, glaube ich. Nee, nee, fünf habe ich jetzt gerade. Das ist noch machbar. Guck mal, wie klein... Also es geht noch. Es sind ja noch einige Spieler noch am Leben. Das ist auch eine Kiste, oh mein Gott. Ich gebe mir Mühe. Dann müsste ein Gegner ein Dreier-Stack... Nee, Gegner sind bei mir. Naja, ich werde gepusht von einem Gegner. Ich habe kein Glück, diese Runde wirklich nicht. Ach, es ist zu kotzen, wirklich die lieb. Hast du keine Pulskanaten oder irgendwas? Doch, 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 aber ich werde hier wirklich... Das ist wieder so dieses Kopfgeld auf mich, obwohl gar kein Kopfgeld auf mich, weißt du? So ein Ding ist das. Ich denke schon. Auf der Insel... Auf der Insel sind auch Gegner... Ich kann nichts machen, Schilly. Das ist... Das Ding ist over. Ich kann nichts machen. So eine Scheiße. Ich habe wirklich hier... Mann, das ärgert mich. Versuch dich zu verstecken. Vielleicht am Ende kannst du halt wirklich... Rand, das wäre halt geisteskrank. Also das glaube ich zwar fast nicht, aber das ist trotzdem möglich. Bei mir sind wieder Gegner, ich werde gepusht. Ich kann nichts machen, Schilly. Ich kippe direkt raus. Der Geist ist unerträglich gewesen. Mann, Mann, Mann. Ja, es ist, wie es ist. Mal gewinnt man, mal verliert man. Aber diese Runde war Schilly deutlich besser. Oh, ja, Moin. Direkt Facecam ausgemacht, a la Allotricks. In der zweiten Runde wurde ich leider gehuntet. In der ersten Runde habe ich echt gut vorgelegt. Oder gut gefunden, aber danach die Runden waren Mülltonne. Egal. Diese Runde geht an Schilly, aber es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Und ich komme stärker und motivierter zurück. Sag ich. GG's, GG's, GG's. Schilly, ich sage wieder schon reingau'n. Du hast das letzte Wort. Lasst euch gut gehen, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.